Was bedeutet euch das Ziel? Der Weg vor uns ist lang und unerbittlich. Ich tötete viele, die es verdienen. Und Unschuldige. Er weiß nichts, oder? Von deiner wahren Natur oder seiner eigenen. Was bedeutet euch das Ziel? Einfach alles. Mein Sohn, wir kämpfen nicht, weil uns die Welt dazu zwingt. Wir kämpfen für etwas Größeres. Wir dringen ins Unbekannte vor. Um unser Versprechen zu erfüllen. Wir trotzen der Dunkelheit. Und nichts kann uns aufhalten. Nochmal. Wir dringen ins Unbekannte. 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 Wir dringen ins Unbekannte.